Und die wollen, was wollen die denn jetzt schon wieder? Schon wieder Nahrung haben, ne? Schon wieder Felder. Hier sind sie alle ganz gut auf dem Feld zugange. Aber offenbar bringt das noch nicht ganz so viel, denn die haben keine Nahrung mehr. Können die denn ja noch ein Feld hinbauen? Machen wir es mal. Zack, großes Feld. Nicht unbedingt der schönste Platz, aber ist egal. Wie sieht es denn hier menschentechnisch aus? Die wollen gerne... Die wollen gerne schlafen und die wollen gerne Freizeit. Das sind beides Dinge. Wir können denen ja mal ein bisschen Freizeit geben. Na, hier einmal zum Himmel hin. Zack, da unten hin. Sehen wir das Symbol für Freizeit. Ungefähr auf die Höhe. Dann wird es hier Dämmerung. Und dann sehen wir auch, dass gleich das Bedürfnis nach Freizeit langsam schwächer wird. Aber er ist leicht. Es entwickelt sich so langsam. Ist ja nicht so, dass da auf einen Schlag plötzlich die Menschen erholt sind. Das wäre ja noch schöner. Unser Knuddel-Kreatürchen ist wieder zu Hause. Und so ganz wissen wir eigentlich gar nicht, was unsere Aufgabe ist. Wir haben hier noch unsere Armee stehen. Die steht gerade in der Gegend. Aber hier haben wir Böse gesehen. Böse! Ah, die wollen Holz haben. Und Erz. Hier sind hier überhaupt Menschen. Hier sind immerhin 24 Menschen. Ach, hier? Ach, guck. Ach, da sind sie doch. Haha. Haben wir hier oben nicht noch Holz gehabt? Na, wir hauen ihnen einfach mal ein bisschen was hin. Das Blöde ist, also wir müssten denen da eigentlich erst nochmal ein Lagerhaus bauen. Weil die haben keins. Hier habt ihr Holz. Da freuen sie sich. Feiern sie voll ab. Ich weiß nicht, wo die das lassen. Oder haben die das in den Kisten hier drinne? Das ist... Bin ich ein bisschen, äh... Skeptisch. Achso, da stapeln die einfach in die Gegend. Keine Ahnung. Immerhin ist das schon mal... Ey, gut. Die wollen hier ein Lagerhaus haben. Holzbedürfnis haben sie immer noch voll. Ja, wo haben wir denn... Wo haben wir denn... Ja, komm. Wir bauen denen das mal hin. Das ist direkt viel größer als der ganze Rest hier. Hier habt ihr was. Aber die wollen auch einen Tempel haben. Ne, nix da. Gibt's nicht. Wir bauen immer eben ein fixes Lagerhaus auf. Da. Braucht ihr nur ein bisschen Holz. Ist ja schnell gemacht. Zack. Jetzt wollen sie auf einmal Nahrung haben, ne? Mhm, genau. Hier habt ihr Nahrung. Zack. Jetzt wollen sie auf einmal Erz haben. Hier habt ihr Erz. Ist das Erz? Glitzert das. Nicht wirklich... Ja, oben haben wir Erz. Das ist aber ein großer Block. Das ist aber ein richtig großer Block. Ich hoffe, das ist wirklich Erz und wir zerdeppern nicht unser Haus. Doch, es ist Erz. Und schon wollen die keine Gebäude mehr haben. Und wir sind ein bisschen besser geworden. Tempel können wir den auch hinbauen. Aber ich will das Gebäude... Oder das Dorf hier gar nicht so weit ausbauen. Ich möchte mich eher um das Hauptdorf kümmern. Und wir können dann noch mal schauen, wie viel Glauben wir denn hier brauchen, um uns einzunehmen. 1.300. Das kriegen wir auch noch hin. Klar. Ach, und sie rennt durch die Gegend. Was denkst du denn? Ab und zu unterhalte ich unsere Dorfbewohner. Das ist... Ja, doch, das ist schön. Und wir sehen hier auch schon anhand der Leiste... Ja, ja, gib ein bisschen an. Dass das mit dem Beibringen doch deutlich einfacher geworden ist als beim ersten Teil. Beim ersten Teil wusste man nicht, wie viel... Weiß sie das jetzt eigentlich, wie gut sie das machen soll oder wie böse sie das machen soll. Wie weit sie das darf. Hier streichelt man einmal so weit, wie man die Leiste halt gefüllt haben will. Und dann bleibt es auch so. Dann war es das. Soweit ich weiß. Ja, das heißt, sie wird jetzt immer volle Pulle hier, die Leute beeindrucken wollen. Weil wir ihr das einmal gesagt haben. Finde ich ein bisschen schade in der Form, dass es so die Unberechenbarkeit nimmt. Ist natürlich einfacher zu steuern. Aber trotzdem. Ich bin glücklich. Ach, das ist schön. Huch. Ja. Glücklich sein ist immer gut. Ja, da kannst du die Dorfbewohner hier mit einstecken. Ja. Guckst du. Ja. Was? Nein. Was machst du? Manchmal greife ich Bäume an. Ich glaube nicht. Ich weiß nicht, ob das sein muss. Da ist ein bisschen Holz rein. Da wird das geschreddert. Was ist das eigentlich hier für ein Steinchen? Kann man den nehmen? Nö. So, was mache ich denn jetzt? 139.000 Tribut. Können wir uns eine Wiese kaufen. Das würde hier ein bisschen Eindruck machen. Wir können uns auch hier eine Lampe kaufen. Kostet Erz. Bringt Eindruck. Wir können uns hier durch die Beschreibung und die, ja, durch die Eckdaten halt raussuchen, was wir denn eigentlich haben wollen und brauchen. Können uns auch einen Brunnen bauen. Der bringt ganz viel Eindruck, aber kostet entsprechend auch mehr an Rohstoffen. Neben den Häusern können wir auch hier die Handbewegung kaufen. Zum Beispiel, dass wir mehrere Sachen hier, das sieht man immer auf dem kleinen Vorschaubild, gleichzeitig greifen können. Was wirklich eine sinnvolle Sache ist und deswegen möchte ich die einfach mal kaufen. Das heißt, ich kann jetzt mehrere Bäume auf einmal greifen. So zum Beispiel. Wenn man das sieht, dann sieht das so aus. Hallo Bäume, ich möchte euch hier greifen. Hier greifen. Nochmal greifen. Zack, können wir alles einmal abernten. Ist Mittelgut. Und was wir aber auch machen können, ist hier Bäume direkt in die Gegend pflanzen. Dann ist da so ein leichter Steinkreis drum. Und der Baum bringt dann Eindruck. So eine ganz einfache Art, Eindruck zu kriegen. Und es freut die Leute auch, dass wir denen so was Schönes hingepflanzt haben. Und es sieht natürlich auch ein bisschen passabler so als Siedlung aus, damit das nicht so ein kaltes Ding hier ist, wo gar nichts wächst. Und die wollen unbedingt Häuser haben. Aber hallo. Wo machen wir das denn? Hier oben einfach mal ein bisschen lang ziehen. Zack, hier nochmal einen kleinen Weg. Na, rüber. Könnt ihr auch hier direkt zum Feld hin. Dann können wir auch ein paar Feldarbeiter einstellen. Da. Oder so. Ja, hier doch nochmal. Weil Nahrung und sowas ist ja wichtig. Ich weiß nicht, ob das jetzt feldabhängig ist, wo man die bekehrt. Ich hoffe, die teilen sich dann immer ein bisschen sinnvoll aus. Äh, auf. Aber wir machen es mal so. Ja, hier habt ihr ein Haus. Da habt ihr zwei Häuser. Da habt ihr einen Baum. Wir können den Restbaum auch wieder einpflanzen. Der ist dann entsprechend klein, aber wächst dann wieder groß. Und was macht sie? Kreatur. Ich unterhalte unsere Dorfbewohner. Ja, das ist schön. Ach, sie hat ihn eingepflanzt hier. Die Bäume sehen auch nicht schlecht aus. Wir können es uns mit der Kreatur auch etwas einfacher machen. Wir können hier nämlich in unserem Kreatur... Ja, das ist was anderes. Das sind verschiedene Leinen. Das kriegen wir später. Wo war das denn? Hier. Und dann haben wir das Kreaturunterrichten-Menü. Da haben wir zum Beispiel hier die ganzen Sachen, die wir schon... Oder die sie schon gemacht hat. Das ist zum Beispiel hier, dass die Dorfbewohner nur selten ist. Das heißt, hier kann man tatsächlich die einzelnen Sachen im Nachhinein auch noch steuern. Zum Beispiel steht da, ich fresse ziemlich oft Getreide. Ne, finden wir... Ja, es ist okay. Kann man so lassen. Manchmal ernte ich Getreide. Das kannst du auch gerne tun. Weil das ist nicht schlecht. Ja, dann bist du hilfsbereit dann. Ne, freust du dich. Das heißt, wir können uns hier langsam einfach alles so einstellen, wie wir es gerne haben. Ist natürlich relativ simpel. Kann man nicht anders sagen. Na, und du gehst hier nochmal hin. Hol das Getreide. Pam. Das mit den Leinen, da kommen wir später nochmal zu. Es gibt hier verschiedene Leinen, dass man ihr Aufgaben zuweisen kann. Aber das machen wir später. Kommt erst später dran. Die wollen immer noch Häuser haben. Da habt ihr noch eins. Noch eins. Noch eins. Man sollte die nicht allzu dicht bauen, was ich hier eigentlich gerade tue. Aber es ist... Die wollen nur Häuser haben. Es ist... Ist gerade egal. Steigert dann die Zufriedenheit, wenn dazwischen ein bisschen mehr Platz ist. Wenn dann jeder seine entsprechende Beinfreiheit hat. So, wir können auch von hier aus, glaube ich, erkennen. Genau, nächste einzunehmende Stadt steht da unten. Und da steht auch direkt, wie viel Eindruck wir dann brauchen, um die nächste Stadt einzunehmen. Das sind hier für Felsingen ganze 706 Eindruckspunkte. Was aber gar nicht so viel ist. Da brauchen wir uns... Wenn die Häuser hier fertig sind... Hier sehen wir schon, kriegen wir 143 für... Und für die anderen entsprechend das auch. Was ist hier denn los eigentlich? Die wollen schlafen. Wir können denen mal... Hier, ne? Die Nacht einstellen. Das passiert zwar auch automatisch, wenn die Zeit fortschreitet. Aber wenn die es unbedingt haben wollen, dann geben wir denen das halt. Ist ja okay. Da werden die Hunde. Da... Selbst Kreatürchen schnarcht hier sich ein Wolf. Ja, ist Nacht, ne? Ja. Da wackeln die Ohren mit. Wie putzig. Wir können denen ja auch ein bisschen was hier ernten. Ähm, genau. In der Nacht, ne? Sind die Menschen natürlich, äh... Ja, eigentlich schlafen die dann. Das heißt, da werden dann keine Arbeiten mehr vollbracht. Deswegen kann es manchmal auch sinnvoll sein, wenn man dann irgendwie von einem Rohstoff viel braucht oder halt Arbeit zu tun hat, dass man dann nochmal auf Tag stellt, damit die Leute ordentlich arbeiten. Aber hier sind sie ja auch gerade ganz gut dabei. Muss ich ja sagen. Und da kriegen wir immer mehr Glauben hier. Was sagst du? Du errichtest das. Halt! Bleib stehen. Ach, du willst das Gebäude errichten. Was sagst du? Hier, gucke mal. Ich helfe manchmal beim Bau unserer Gebäude. Das ist eine schöne Sache. Möchte ich gerne haben. Na, soll es denn erstmal ein kleines, knuffeliges Kreatürchen werden. Denn sie kann auch beim Bau von Gebäuden helfen. Sonst wäre diese Anzeige sinnlos gewesen. Aber wir haben genug Eindruck gesammelt, dass hier die Leute aus diesem Dorf schon rauskommen wollen. Die haben sich gesagt, dass es bei uns viel schöner ist. Und deswegen kommen die zu uns. Die brauchen natürlich eine ganze Weile, bis sie tatsächlich bei uns sind. Aber wir haben ja Geduld. Ne? Wir können hier auch unsere andere Streitmacht, unsere Mini-Armee, die gerade hier alle am Pennen und am Spielen sind. Oder im Lagerfeuer hier sitzen. Die können wir alle hier nehmen. Los! Zack, dann formieren die sich mal eben. Und können wir hier runter gehen und die Leute in den Kampf schicken, wenn wir das denn wollen. Gegen die anderen Armeen hier. Wir können damit zum Beispiel dann noch das Dorf hier erobern. Möchte ich aber erstmal nicht. Die können einfach hier bleiben. Und... Ich komme! Ihr Bestes geben im Warten. Ne? Die anderen schleichen hier langsam zu uns. Ich meine, das sind ja auch alles weiß behaarte Menschen. Vielleicht sind die ja schon älter. Vielleicht sind die nicht so schnell. Hier in der Nähe... Also ein Grund zum Beispiel dieses Dorf hier einzunehmen wäre, dass hier eine Erzmine in der Nähe wäre. Und wir dadurch dann ganz viel Erz kriegen, was man teilweise später auch echt gebrauchen kann, um ganz beeindruckende Gebäude zu bauen. Weil, ja, ne? Je mehr Gebäude oder je weiter wir kommen, umso größer sind die anderen Städte auch, die man einnehmen will. Gerade von den Gegnern. Da braucht man entsprechend mehr Glauben. Hier brauchen wir zum Beispiel noch 1.267. Also Eindruck, nicht Glauben, ne? Aber es ist ja von der Währung her recht ähnlich. Wir können uns auch hier nochmal hier umschauen. Und wir können... Genau, das sind unsere Gebäude, die wir hoch gerade haben. Das sind nicht so viele. Geht eigentlich. Wir können uns aber nochmal noch was Neues kaufen. Was gibt's denn hier? Wir können hier zum Beispiel ein anderes Haus kaufen. Das hat eine höhere Kapazität. Aber bringt halt nicht so viel Eindruck. Oder wir können hier auch einen Töpfermarkt kaufen. Das bringt 400 Eindruck, was eine Menge ist. Und das Schöne ist, das kann man hier in der Beschreibung sehen. Deine Bürger können Töpfe kaufen, um ihre Häuser zu verschönern. Dadurch wird auch die Stadt verschönert. Ich würde sagen, das ist eine sinnvolle Sache. Gekauft. Jetzt haben wir hier ein neues Gebäude. Wir wollen zwar immer noch ein Lagerhaus haben. Aber wir haben jetzt hier in unserem Baumenü ein neues Gebäude namens... Töpfermarkt. Wahnsinn. Hat sich nicht verändert, seitdem wir es eingekauft haben. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Ich bin glücklich, steht da. Das ist schön. Und wir können den Töpfermarkt jetzt hier überall hin platzen. Platzieren, wo dann Platz ist. Da zum Beispiel. Zack. Der versorgt auch nur aus einem gewissen Umkreis hier die Häuser. Deswegen kann man da auch mehrere Gutform bauen. Ein bisschen verteilt. Und wie gesagt, die bringen immer 400 Eindruck. Was natürlich für eine eindrucksvolle Siedlung schon ganz schön ist. Jetzt schnappen wir uns auch noch ein bisschen ein Erz. Und bauen damit den Markt auf. Und wir haben hier 10.000 Tribut erhalten. Wofür auch immer. Ich vermute mal. Was ist denn hier passiert? Haben wir jetzt hier den letzten Eindruck geschildert oder was? Nee, noch nicht. Aber irgendwas Tolles ist gerade passiert. Das ist so viel ist sicher. Ja, jedenfalls haben wir jetzt hier einen Töpfermarkt. Der ist, ist der schon fertig? Nein, der ist, der ist noch gar nicht fertig. Meine Güte. Wofür habe ich dann den Eindruck bekommen? Oder hier die 10.000 Tribut. Wir können uns das natürlich hier in den Quests anschauen. Bringen den Hahn zum Schweigen. Haben wir gemacht. Ihr müsst, achso, das haben wir auch gemacht. Achso, wir haben 9.000 Eindruck hier in der Stadt eingebaut. Und dafür haben wir dann 10.000 Tribut erhalten. Dafür ist das Menü hier ganz sinnvoll, dass wir sehen können, was für Aufgaben wir denn noch haben. Oder wie wir noch Tributpunkte einkassieren können. Wir können natürlich auch die ganzen Schilder hier noch mitnehmen. Diese Bäume sehen lecker aus. Das glaube ich nicht. Bäume schmecken nicht. Als Zahnstocher geeignet. Auch ein bisschen groß, aber zum Essen weniger. Hier geht die Sonne langsam auf. Ich muss sagen, die Grafik gefällt mir echt gut. Es ist sehr stimmungsvoll, sehr atmosphärisch. Auch mit der Musik alles sehr stimmig. Und hier oben? Ist so genau so ein bisschen was versteckt. So ein kleines Figürchen. Was auch immer uns das sagen möchte. Ja. Huch. Sprich mit uns. Sprich mit uns. Oder auch nicht. Was haben wir hier noch? Ach nur irgendwelche Steinchen. Ja, man kann sich hier auch ein bisschen umschauen. Hier haben wir eine kleine Trampelfahrt, wo wir ganz zum Wasser hin könnten. Aber wozu sollen wir das? Erstmal kommt's. Genau. Hier ganz unten sehen wir auch, wie unsere Gesinnung denn gerade ist. noch mal so in der Übersicht in Prozent. Um es ein bisschen einfacher zu haben vom Menü aus. Ja. Schön hier alles ins Licht eingetaucht. Ich mag das. Ich mag ja eh gerne. Aber wie sollten es solche stimmungsvolle Grafik. Was wir auch machen können. Ich möchte euch das einfach mal zeigen. Kreatürchen. Komm her. Du darfst nämlich spielen gehen. Mit. Leicht anderen Spielzeugen. Erstmal kommt die Armee mit hier unten hin. Hier ist zwar kein Dorf mehr zum Erobern da. Aber das ist nicht schlimm. Denn wir können unsere Kreatur hier natürlich auf diese Leute hier hetzen. Ich will das einmal mal machen, um es zu zeigen. Da rennt sie auch schon an. Ist aber ganz schön flott unterwegs hier. Hier kommt mit. Ja, ihr kommt hier hinten mit hin. Erobern braucht ihr das nicht. Da sind auch keine Menschen mehr. So. Aber hier. Viech. Hast du etwa ein Problem? Und du? Ja, ja, genau. Ich demonstriere das einfach mal, wie es denn aussieht. Wie denn die Kreatur hier am Zermalmen ist. Da sehen wir überall die Symbole. Die Seelen, die Todenschädel aufsteigen, wenn sie einen platt macht. Und da kommen schon direkt die Nächsten an. Mein Gott. Aber wir sehen auch, das sind alles böse Aktionen. Sehr böse sogar. Unsere Armee kommt hier natürlich entsprechend zu. Armeechen. So, ihr kommt hierher. Und gemeinsam schaffen wir das. Leider nimmt sie auch ein bisschen Schaden. Ja, ich greife ab und zu feindliche Soldaten an. Ja, ist okay. Passt schon. Jetzt kommen hier unsere Gehilfen. Und klopfen wir hoffentlich die Restbestände hier weg. Jawohl. Krieg. Ja, ja. Und unsere Kreatur steht mittendrin. Ja, geh da mal raus. Was sagst du? Ach so. Ja, so sieht das also aus, wenn man hier Kriege führt. Oder wenn man Schlachten schlachtet. Ach komm, wir können ja unsere Armee jetzt hier unten hin tun. Obwohl, das möchte ich gerade mal nicht. Nein. Hier, da ist noch eine andere Armee. Die können wir mal eben plätten. Wunderbar, hier passiert das. Kreatürchen. Ja, wir müssen nur aufpassen, dass wir das nicht so oft machen. Nein, das ist... Das will ich doch nicht. Denn wir erhalten immer, was wir hier sehen können, immer... Ja, je nachdem für unsere Taten gute oder böse Eigenschaften. Und wir haben hier gerade mächtig viel Böses eingeheimst. Weil wir natürlich böse gehandelt haben. Durch die Töten von Menschen. Das heißt, wir sind... Ja, wir sind noch zu 7,5% gut. Das liegt aber daran, dass wir das andere Dorf beeindruckt haben. Da gibt es immer knapp 5% Punkte für. Und wir brauchen nur noch 400 Eindruck, um das andere Dorf da unten auch noch einzunehmen. Das heißt, es ist eigentlich relativ schnell gemacht. Wir brauchen hier einfach noch einen Töpf am Markt. Und klatschen den hier hin. Und hätten das damit schon erreicht. Damit hätten wir diese Insel auch eingenommen. Ist natürlich nur eine Insel, die so als Tutorial gilt, dass man sich den ganzen Aufbau hier lernen kann. Und jetzt haben wir es schon geschafft. So sieht das nämlich aus. Das schöne Land. Und jetzt müssen wir unserem Volk wieder zu seinem alten Granz verhelfen. Und die Unterstützung all der anderen Stämme gewinnen. Vergiss es! Wo waren die anderen, als wir sie gebraucht haben, hä? Erobern wir sie einfach. Los! Komm schon! Klickt auf die goldene Schriftrolle, wenn ihr das Land verlassen wollt. Das werde ich auch bald tun. Denn ich möchte erst nochmal hier... Die kann ich gar nicht mehr in mein Land holen. Die sind ja schon in meinem Land. Denn wir haben jetzt hier den ganzen Insel eingenommen. Wir haben keinen Radius mehr, wo wir nicht wirken könnten. Hier, kommt zu uns. Wir sind jetzt gut. Ha, wir sind gut. Boah, wir sind ja gut. Wir sind nämlich zu 12,1% gut. Ich werde einmal fix speichern. So, das ging schnell. Ging früher auch schon mal langsamer. Aber das liegt am Fortschritt der Rechner. So, und bevor ich mich in die nächste Insel hier stürze, bevor wir diese kleine Schriftrolle hier anklicken, mache ich wieder eine kleine Pause. Verlasse euch mit diesem wunderhübschen Bild über unser Dorf in die nächste Folge oder die nächste Aufnahme. Und sage auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal hier bei Black & White 2. Tschüssi. Tschüssi.